Zwei Tage nachdem der Bundesrat Covid-Massnahmen lockerte, ging es zur ganzen Post ab. Vorfassnacht sagen sie dem, ein munteres Treiben, endlich wieder mal ein Stückchen Normalität. Hier im Hotel Post ist die Post abgegangen, aber nicht nur dort, einen anderen Ort natürlich auch. Wir waren aber im Hotel Post, wegen der Teppichlopfer. Das hat mich interessiert, diese Schnitzelbänke. Geht's endlich wieder los, Fassnacht isch komm, noch zwei lange, stumme Jahre, sind wir wieder da. Von der letzten leeren Jahre, hinten ein Haufen Sachen, Teppichlopfer regional bringen euch zum Lachen. Lachen isch g'sund, Lachen isch g'sund, Hinterzu doch auch ein guter Grund. Lachen isch g'sund, Lachen isch g'sund, Uns in Fabienne isch ein guter Grund. Isch hund dazu, hat k'st k'st, Lachen isch g'sund, So mit dir schuf durch geh'n. Wir sind froh, bist du da, und hast uns verringt. Willkommen Fabienne! Applaus Gut, wir gehen direkt auf Filters. Andrea Giordano. Giordano. Giordano, okay. Es ist so ein Problem, Frauen mit Handy. Ich glaub, ich muss dir nicht viel erzählen. Ich glaub, ich muss dir nicht viel erzählen. Auf dem Eimer telefonieren. Sie muss doch kontrollieren, ob daheim auch alles in Ordnung isch. Klingelingeling, Klingelingeling, wo isch das Handy wo? Klingelingeling, Klingelingeling, isch sie grad noch da? Klingelingeling, Klingelingeling, sie sucht jetzt überall. Klingelingeling, Klingelingeling, der Suche isch a Qual. Nach langem schauen hin und her. Ein Handy finden isch einfach schwer. Wo isch drüben liegen, die Freundin zerblick'n. Danke, Magnet, auf dem Autodach. Ich seh in Frauen, das Handy ist ein so bein Problem. Wir gehen auf Viertes. Unser Ex-Gemeins-Munni. Dem haben wir vor zwei Jahren gesungen. Er hat den Abschied gegeben, dass er zurücktreten tut. Wir haben ihm einen Hommas gemacht, wir haben ihn geirrt. Er hat uns besprochen, ein Fest zu nehmen. Und wir warten. Und warten. Und warten. Letztes Jahr ist er offiziell verabschiedet worden von der Gemeinde. Wir haben ihm ein Video gemacht, haben ihm das geschickt. Und wir warten. Und warten. Ihr seht, es kommt zu keinem Ende. Wir haben ihm eine Herzschleife. Wenn wir 20 Jahre alt sind. Ein grösses Fest hast du uns besprochen. Wäre ich das nicht lang schon noch gehabt, der goldige Klopfer hast du überkommst, in mir schon ein Echhofer noch. Ich hübs dafür ins Zeug in die Gleit, hast du uns schon Danke gesagt, ist echt das das letzte Mal gewesen, dass du in der Schnitzelbank drin bist. Tschau, Benni! Wir gehen in die Mittelstation. Vizehirschen Rudi. Eigentlich ist das auch nur ein bisschen ein Dankesagen an Rudi, da er ja beides mehr oder weniger zu hat. Er hat uns aber viele Müsterchen alle Jahre gebracht. Wir wollen ihm ein bisschen Dankesagen und haben trotzdem etwas Kleines gefunden von ihm. Musik Rudi, Rudi, nicht noch mal eine Piste, wo ich kaufe. Wo bist du mit dem alten hier? Dann wäre er doch die Doppelang für. Rudi, Rudi, die Messe ist eine schwierige Sache. Hättest du das richtig gemacht, wäre ein Bulli unter Dach. Musik Deine Visionen haben schon meine Geschichten gebraucht. Du fällst alle Halt an den Weg mit meinem Gontas noch. Die weltbekannten Gord und Blöck vermissen wir jetzt schon. Darum hättest du schon lange fünf Sterne überkommen. Musik Du bist der Champion Du bist der Champion Du bist der Champion Du bist der Champion Vom Pizzo Frau Caroli Jetzt gehen wir auf Sargasse. Gantler Paul, er steckt aber irgendwo da hinten. Er hat nur einen kleinen Auftrag bekommen von seiner Frau. Den kehre ich noch die Strasse stellen. Ich glaube, man hört aber nicht so gut den Frauen etwas sagen. Das Bissli Kehich Isch doch kei Problem Gantner Paul Kofferum offen Und er sagt den Drei Macht der Paul Er fahr direkt mit dem Auto über den Hin Und er kehre ich eben noch drei Oh, Jesus Gott Sind wohl ich noch die Drei Seid der Paul Lüte der Frau an Wo soll ich mit dem Hin Fragt der Frau Am Telefon Seid Gorin Kannst nicht machen Komm ich hole dich Stinkende Sachen Gorin fahrt ihn Auch noch über den Rhein Über den Rhein Holt der Kehricht Wo stinkt Wie ein Schmied Wie ein Schmied Gorin stellt den Sack Jo nicht auf Wanz Nehm ihn hei Ossargansk 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 Ist das dein Schatz, oder? Nicht? Ok Der E.W.Peter SchumiPeter 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 Am Fildeser Anfitteser Kiesfang Beim Wasserrad Der E.W.Peter Der E.W.Peter Er isch scho parat Er luoget mal füren Er luoget mal zruck Schumde Er fran oh scho Trillet Da macht scho a zu Scho schimt Die E.W.Peter Er isch jetz ganz baff Was mach ich da jene Bei Ohpotschnass Er schimt ej an zuv Der Beiber schmig mit Es sagt dann in der Schnurre Nein, das da stinkt nicht Wir gehen wieder auf Filters. Lucia Britte ist eine Lehrerin, Fabienne, wie du. Dann darf ich es schon sagen. Auch Dialogen nicht richtig. Zwischen den Zielen lesen könnt ihr nicht. Das Filters wird jetzt fleissig um ein Turnes. Bald ist die Bühne für alle Turnen frei. In der Juni gibt es eine Zadel für zuhause. Wir werden nächstes Mal ein grosses Buch mitnehmen. Der Moritz zeigt das Schreiben seiner Mutter. Lucia Britte schaut leider nur schnell rein. Als Lehrerin kann man auch lesen. Für das braucht es denn auch gar kein Studium. Mit grossem Stolz der Moritz bringt sein Beutel. In die nächste Turnbrot fröhlich mit. Doch bald ist seine Freude auch schon vergangen. Als einziges Sattenbuch bringt er ein Tuch. Und jetzt geht es weiter. Jetzt gehen wir auf Scheinheilig Kreuz. Roman und Judith Macchion. Ich glaube, die kennen doch alle, oder? Die haben so nächtlich Spaziergänge gemacht. Das macht es Updown. Das macht es Updown. Das macht es Updown. Das macht es Santos und die Nachsitzende Sriv Weekly. Ich bin glädig mit Pig's hatte. Das ist ein Lichtıyorlar, und nun mit Warten zu ihrer Zeit. Ich collaborate und auch resellisch. Das singe ich teaseting. Dann kommt es Lebens选endes вп subscriptions. Der Roman springt sofort, der Brief verhebe nümer Gott. Ich find, dass das Loch nicht ohne Licht, das Handy muss jetzt her. Mit der anderen Hand, WC-Papier, Füttlerputzen ist schwer. Wo er sonst durch draussen kommt, fluchert wie ein Spatz. Ein Krampf war das beim Putzen, sagt er zu seinem Schatz. Du hättisch können zünden hell, wär alles gange schnell. Jo, die Zeit bist ein armer Tropf, hast den Lampenofen gekauft. Ich finde es immer so schön, wenn du in die Nachbarschaft schauen kannst und siehst, was passiert. Der Dario Kalber vom Doppelmeter-Bug. Er hat so geschaut, was er gemacht hat. Der Dario Kalber, Junior Munk, go helfe zu seinem Kuse Munk. Mit dem Traktor aktiv sein, der Freude ist denn schon bald vorbei. Mit Fürschi fahren nachts ein Brumm und die Schrausenlampen ist ganz rum. Am Dario wird's jetzt Angst und Fang. Das TB nimmt die Sache in die Hand. Ein Haufen Mann, ein Rücken an. Das TB und ein Baum von einem Mann. Einer arbeitet um vier Tage. Nicht darum sicher fünf Tage arbeiten. Das TB und ein Rücken an. Mario Liebig, Hirsche Mario, Ex-Hirschen. Ich gebe euch einen guten Tipp. Am Samstagmorgen nie ins Café Edelweiss gehen. Denn dort hat noch einer zu Wort. Frauen können immer kommen, aber ja, keine Männer. Ich gebe euch einen guten Tipp. Fühlt sich der Mario Liebig daheim. In Edelweiss und nie allein. Sein Haaren wird immer mehr. Er fühlt sich so frei. Was ist da der Weg? Die Klausel, Bea und die Mühle Gäste. Führen gern dort ihre wilden Fäste. Theo, Sibylla und Fertigli, Dian. Fühlen sich dort gerade wie feine Dame. Die schicke Gäste und der Pickeli, Caro. Für die ist immer alles tutt und klaro. Margit sagt Hallo. Mir gehört der Mario. Auch wenn er will der einzig Platzhirsch sein. Die-Klasse ist die Melodie. Das Fähnze in der Münsterrasse. Das feinste Haaren ist die Meadowlstrasse. Gut, den Metzgerfrieden kennt doch auch jeder. Und jeder kennt doch die grösste Take-away-Bar in seinem ganzer Land. Reise-Huber, schon lange da gewesen. Wenn im Imbisswagen vom Ring sie hoden, fahr ja, fahr ja, hoh, trifft sich's ganz Sargasenland, fahr ja, fahr ja, hoh, trinken nie und Kaffee schnapps, minge Gott heim mit ma' kleinen Klopf, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, hoh, Metzgerfriede isch auch der Weg, fahr ja, fahr ja, hoh, a gesellige Rundi, was wetsch na, meh, in fahr ja, fahr ja, hoh, a fahrt mames vom ganzen Land, a Hufe isch zwar scho lang bekannt, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, Sitz'n kamme am warmen Fühn, fahr ja, fahr ja, hoh, was sind wir o so ungeheuer, fahr ja, fahr ja, hoh, isch der Kaffee, wo stinket, tut, nein, Friede hat ihre Schuhe in der Blut hände. In Flums gibt es ein neues Kaffee, Gehocht heisst das? So ein blödes Wort. Wie kann man so heissen? Aber wir haben auch von der Tunnel etwas mitgebracht. Kaffee gekocht. Ein neues Kaffee gibt's im Flumser der Flir. Der letzte Schrei ist das Gott. Im Advent eine Christbahnstelle. Keiner bleibt daheim. Keine Kugel, Kerze und keine Schokolade. Gefällt ihm das der Lüß? An der Tanne fällt der Schmuck. Sie steht da ganz mittler Platz. An der schönen Sonntagmorgen haben wir feine Schokolade dran. Heim soll Männchen fliessig schaffen oder auch der Weihnachtsmarkt. bald sind in dir Schokolade gfressen. Aber niemand ist es zu sein. Flumser sind nicht heikel. Geh nicht zu, dass es Senf hat. Flumser sind nicht heikel. Flumser sind nicht heikel. Fressen selber mit Schokke. Schneider Kerstin Muska Blippi sagen. Meine Katze steht an der Wäsch, schnurredi, schnurredi rum. Und sie mauet ganz verreckt, schnurredi, schnurredi rum. Ist doch nur ein Haufen Wäsch, wo in die Maschine muss. Später vor dem Tömmler drin, geht's von vorne los. Kerstin schneidet beim Aussen hin, schnurredi, schnurredi rum. Am Aus in der Maschine g'si, und jetzt isch sie halt um. Der Hitti, Daniel Ackermann, kennt doch auch jeder. Ein fertiger Bluffsack, sage ich euch. In Hittis Bäckerei gibt es keine Kleckerei. Der Dani Bach, ganz ohne Mahl, bringt zwei Küche mit, ganz ohne Sauerei. Das isch meine Bäckerei. Und noch zwei, drei, vier Bier. Glauben ihr, dass mir, dass ich die Küche selbe gemacht habe, euch schon verwünscht? Ist eine grosse Lügerei. Bein war schnell, bein, little verbein. Applaus Applaus Kommt spazieren, geht bis auf Wangs. Wieder zurück und wartet dort, Klaus-Obit-Führer im Schützengarten. Ei, du Schäni, ei, du Schäni, ei, du Schäni, Schnitzelbank. Geniessen dort Bier und Bier, Nössli, Mangalini sind nicht zur Zier. Am Schluss bin ich zahle Kopf in die Stutz. Für Nössli verlangen es pro Person fünf Stutz. Ei, du Schäni, ei, du Schäni, ei, du Schäni, Schnitzelbank. Und Moral von der Geschichte, Nössli, wir hier rein, dort ist dicht. In der Post vom Rikor der größte Streif, Kommt gratis mit einer Klatte voller Fleisch. Ei, du Schäni, ei, du Schäni, ei, du Schäni, Schnitzelbank. Bravo, Rikor. Wir gehen auf die Linden im Bärgis. Dort sind wir dann in zwei Stunden heute Abend noch. Aber wir haben dort schon einen für die Linden Bärgis. Auch das Pärchen bringt dort lustige Sachen. Wir gehen auf die Linden Bärgis. Wir gehen auf die Linden Bärgis. Wir gehen auf die Linden Bärgis. Und wir gehen auf die Linden Bärgis. Herr Karin wird im Klössli kommen, sie sagt fast im Knäu, ich behalte das Alt und so schick das Neu. Ist jemand hier von der Vaganser? Niemand? Das ist so schade. Wir haben ihre Melodie heute übernommen. Wir wollen sie eigentlich ehren. Ich möchte hier rasch ein Zitat, eins zu eins von Günther Wildhaber, den er nicht geschrieben hat. Marcel, wir bedanken uns sehr, dass du und deine netten Frauen bei uns auftreten. Es gibt bestimmt einen guten Auftritt. Die Vaganser sind ja auch leicht zu ersetzen. Das ist für beide ein bisschen bleib. Günther, danke trotzdem. Zitle, danke trotzdem. Zitle, danke trotzdem. Wildblatt-Ganzer Das Jahr seht nicht präsentieren Und wir euch vermissen Auch so trurig sind Der Schlummer trunk mit euch Der Falk geht's halt ins Wasser So ohne Konkurrent Sitter ist noch viel Blasen Novak Djokovic Zwei, drei Der Novak Djokovic Der machte auch seine Sorgen Trotz Geld und Lüge Geschichten auch nicht weiterkommen In Sovo-Serbien Kannst kein Känguru-Agaffen Sie tun jetzt alle Ohne Wissum Auserschachen Der Papa Der hat Angst, dass kein Nachwuchs Begibt in Italien Zwei, drei Grosse Sorgen Macht sich auch der Papst Franziskus Er will doch nicht Dass Italiener sterben Aus Die G'schenken tun Hunde und Katzen tief verwehren Drum hins keine Lust Und sie zum sich noch mehr vermehren Wir gehen zum Joe Biden und Blasco zur Camilla Zwei, drei Dicke Luftpipzuch Im Blasco von Joe Biden Camilla Parker Verkäupt fast Hinderschi zurück Viel geschnurrt wird der Bein Nur nah vom Klimaschutz Der grösste Auftritt Ist an beiden Siener Forts Wenn Sie alle Zeitungen von Merugano sind Von Merugano Dann müssen wir doch auch noch etwas singen Zwei, drei Im Merugano Wenn Sie alle Zeitungen von Merugano Dann müssen wir doch fliegen Auch schon g'fetzern Denn ich bin keine Hilfe Für dir fahre mal rum Zum auch den Flügel Von Joe Ackermal platzieren Durch sie noch mehr Von Ulmer stehen Und regieren Und jetzt sage ich noch eines Reifwiesen Zwei, drei Ist doch schade Dass münd der Vinzenz Giloche Wär doch auch für uns Der gute Sponsor g'si Und wenn die Meidigen Sich fürchterlich entspalten Mühen wir uns gewiss Andergid und Metzler halten Ich fange jetzt an Golf zu spielen Nein, nein, nein Ja gut, ein Loch lang ist Gut, ein Lammes Nein, nein Nein, nein Ah, okay Zwei, zwei, drei Wer kennt Sie nicht Ihr schönster Gaser Korrespondentin Kompetent Überschritt In Luzia Mit roten Lippen Über Russland Tut sie bricht Die grösste Freude Wenn wir sie mit Ein blauer Käppchen Der grüßende Scherbe Am schrägen Schnürchen Am Fernseher dürfen sie Und wir haben ganz zum Schluss noch ganz einen kurzen Sebastian Kurz ist auch lang Regierte Kurz mit Überschwang Bleibt am neuen Ort nur kurz Nimmt ihn auf den Kassensturz Dankeschön Mit dem sagen wir jetzt schon Tschüss miteinander Applaus 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 Was heute auf dem Hocken ist doch jetzt allen klar Wir sind epic locker Tschau zusammen!